Ja, dann, äh, erzähl mal, wie geht's dir? Wie soll's mir gehen? Also... Ja. Ja. Ich weiß nicht, was du jetzt erwartest, so. Sagen wir's mal so. Ich hatte da einfach einen, äh, einen uncoolen Moment. Ich hab da auf jeden Fall ein paar Sachen gesagt, die ich eigentlich nicht hätte sagen sollen. Ich hab auch keinen Bock auf Spielchen. Ich möchte keine Spiel... Ich möchte auch keine Spielchen spielen, so. Ich will was Echtes, so, ich will intensiv, will alles. Ja, ich find's gut. Ja, man sagt doch so was nicht einfach so. Kann man jetzt auch nicht zurücknehmen. Aber ich... Ja, aber man sagt doch so was nicht einfach so. Ja, das war halt aus der Emotion heraus so ein bisschen. Weil ich halt auch so ein bisschen... Ja. Das ist halt von mir nicht so ernst gemeint. Also, was heißt nicht ernst gemeint war, aber es war halt... Ja, dumm, das so auszudrücken. Alter, was redest du? Weißt du? Ich, ich hab diese ganze Situation gestern, das ist, als du dann dein Statement da gesagt hattest, so alles in mir so lost. Auch wenn ich Franziska sehr mag und mich auch zu ihr hingezogen fühle, hab ich trotzdem bei Angelina das Gefühl, dass da halt alles stimmt. Ich dachte mir, was soll das denn jetzt? Für mich zählt hier eigentlich wirklich nur eine Frau so. Und für dich sollte hier auch nur ein Mann zählen. Und... Ja, das war bis gestern du. Ich musste mich echt zusammenreißen, ne? Ja. Also, dass ich noch geheult habe, das war noch nett einfach in dem Moment. Ich habe dir von Anfang an mein Herz offen gelegt. Ich war noch nie zu jemandem so offen und ehrlich und habe immer meine Gefühle gesprochen, wie mit dir. Noch nie. Ich habe das auch respektiert, deswegen tat es mir am Ende des Abends. Nee, das stimmt nicht. Das war einfach ekelhaft. Also, man spielt nicht so mit menschlichen Gefühlen. Was? Du kannst mich nicht einfach nur dafür benutzen, um hier drin zu bleiben. Wenn jetzt die Frauen die Wahl gehabt hätten... Ja, das ist Schwachsinn. Ja, ich weiß nicht, wie ich das glauben soll. Absoluter Schwachsinn. Also, für mich klang es nach einer korrekten Analyse. Sorry. Ich bin jetzt nicht hier für Anschuldigungen. Ich weiß, was ich getan habe. Gut. Und jetzt will ich einfach alles ganz normal klären. Aber Anschuldigungen braucht man jetzt hier nicht machen. Das ist halt auch nicht... Nee, akzeptiere deine Entschuldigung. Ist gut. Ja. Ich werde da auch nicht mehr Energie reinlegen, weil das ist es alles nicht wert. Ich finde es halt auch mega scheiße, wie es gelaufen ist. Vollidiot halt. Ich hoffe auch, dass die Zuschauer das nicht anders sehen. Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal und verpasst kein Video mehr. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020